Am Freitagabend ist es Borussia Dortmund gelungen, die Tabellenführung von Heidenheim zu übernehmen, die man im direkten Duell mit 4 zu 2 besiegen konnte. Und in diesem Video zeige ich euch, wie nun das gelungen ist, aber auch warum Heidenheim immer wieder zurückkam und definitiv kein leichter Gegner war. Betrachten wir zunächst einmal, wie der BVB im Ballbesitz agiert hat, so hat sich das schon ein bisschen unterschieden zu den bisherigen Spielen unter Sahin. Nämlich insofern, die Grundstruktur war wieder ein 4-2-3-1, allerdings haben die Außenverteidiger beide sehr hoch geschoben in die letzte Linie. Im Zentrum hattest du dann die zwei Innenverteidiger, die zwei Sechser davor. Hin und wieder hat sich einer abkippen lassen zu einem 3-plus-1-Aufbau, aber da war man durchaus flexibel. Dann hattest du davor drei Zehner quasi mit Brandzentral, Adeyemi und Malen auf den Außen und vorne drin dann eben Girasi, der sein Debüt gegeben hat. Um zu verstehen, wie und welche Räume Dortmund bespielen konnte, müssen wir auch einen Blick darauf werfen, wie es Heidenheim gegen den Ball angegangen ist. Und zwar hat man es sehr mannorientiert gespielt, aber eine Plus-1-Absicherung hinten bewahrt, also beide Innenverteidiger an Girasi. Dadurch war dann bei Dortmund immer ein Spieler frei, meistens eben einer der zwei Innenverteidiger. Durch diesen starken Mannbezug, vor allem auf dem Flügel, hat sich bei Heidenheim oft tatsächlich sogar eine Art Sechser-Kette hinten gebildet, da die Flügel von Heidenheim an den Außenverteidigern von Dortmund positioniert waren, die eben ganz hoch geschoben sind. Dementsprechend hatte Dortmund im Aufbau und in der zweiten Aufbaulinie relativ viel Platz. Wir sehen hier Julian Brand im Zentrum, der hier ziemlich allein ist, aber auch verfolgt wird. Der hatte auch sämtliche Freiheiten, hat sich immer wieder fallen lassen, mal rechts, mal links, egal wo, war er immer vorzufinden. Wurde aber, wie zum Beispiel hier, auch oft von Meloni verfolgt, hatte dann aber auch gute Laufwege ohne den Ball, hat dann Meloni mit sich mitgezogen und den Raum für die vorderen Spieler aus der letzten Linie geöffnet, die sich dann oftmals fallen lassen haben, dann aufdrehen konnten oder den Ball eben zurückklatschen konnten. Genau in dieser Szene wird das auch ersichtlich. Wir haben hier noch Brand im Zentrum, wir gehen ein Bild weiter, 5 Sekunden weiter. Brand hat sich nach außen bewegt, somit den Raum geöffnet für Adeyemi, der sich fallen lässt und den Ball dann eben erhält im Mittelfeld mit relativ viel Platz. Zieht auch seinen Gegenspieler, Rechtsverteidiger Traore mit, öffnet somit in dessen Rücken auch wieder einen Raum, den man potenziell bespielen kann. Schafft man zwar in dieser Situation nicht, aber grundsätzlich hat man es gut geschafft, immer wieder sehr flüssig zu spielen, Räume zu kreieren und die dann eben auch zu nutzen. Was man hier sieht, ist eben dieser 3 plus 1 Aufbau. Pascal Groß kippt halblings ab. Somit hast du mit drei Spielern einfach eine Überzahl gegen die zwei Anläufer von Heidenheim in der ersten Linie. Ein Matcher davor als Sechser. Brand, der sich auch immer wieder fallen ließ und im Zentrum aufgefüllt hat. Auf den Außen haben es die Breitengeber, in dem Fall die Außenverteidiger, extrem breit gemacht. Standen wirklich beide draußen an der Außenlinie, haben dementsprechend Heidenheim auch ziemlich weit auseinandergezogen in der Abwehrreihe. Und die waren dadurch relativ breit gefächert, wodurch sich im Zentrum wieder Räume geöffnet haben. Da sehen wir die drei Spieler, Giresi, Adeyemi und Mahlen auf relativ engem Raum gegen zwei Gegenspieler. Wenn man die da in Szene bekommt, kann es auf jeden Fall ziemlich gefährlich werden. Grundsätzlich dadurch, dass man das Spiel so breit gemacht hat und die Heidenheimer Flügelspieler relativ oft tief gebunden waren, gab es auch großen Raum, den der BVB bespielen konnte. Sieht man hier in der Szene ganz gut. Pascal Groß lässt sich mal zentral in den Dreieraufbau fallen, da er persönlich nicht der schnellste, mobilste Spieler ist. Spielt dann raus auf Süle, der mit dem Ball antribbeln kann, in diesen Raum, der frei ist. Wir sehen auf der Ballfernenseite zum Beispiel, hat es sich Mahlen kurz angeboten. Hier auf der Ballnahmenseite, auf die man verlagert, hat man die Gegenspieler relativ hoch gebunden. Adeyemi eben den Rechtsverteidiger und Benze Baini ganz links draußen, den man hier nicht sieht, den Flügelspieler von Heidenheim, was diesen großen Raum für Süle eröffnet, in den er hineinstoßen kann und den Ball nach vorne treiben kann ins letzte Drittel. Und diese hohe Gegnerbindung hat echt konsequent gut funktioniert. Man hatte fast immer fünf Spieler in der letzten Linie und dementsprechend die Heidenheimer relativ tief gebunden und sich somit selbst Raum verschafft, um den Ball nach vorne zu bekommen. Hier in dem Fall läuft das Heidenheim mal aggressiver an, Mann gegen Mann, vier gegen vier in der Aufbaulinie. Brand lässt sich aber fallen, wird nicht aufgenommen von irgendeinem Heidenheimer, weil die eben auch im Zwiespalt sind, verteidigen sie nach vorne. Dann hat man aber hinten im Rücken eine Unterzahl oder eben nicht. In dem Fall schaffen sie beides nicht so wirklich. Süle spielt einen guten linienbrechenden Pass auf Brand. Der verlagert das Spiel dann rechts raus auf Riason. Der bringt den Ball ins Zentrum. Marlon mit einer guten Annahme ist sich da nicht ganz einig mit Girasi, aber das war auf jeden Fall wieder ein gut aufgebauter Angriff. Auch die Qualitäten von einem Girasi, die man ansonsten bisher in den Spielen halt einfach nicht auf dem Platz hatte, hat man definitiv schon auf Blitzen sehen. Ich überlege auch die Tage mal ein Video zu bringen, warum er den BVB deutlich stärker machen kann. Zum Beispiel sieht man das hier ganz gut. Er lässt sich fallen, zieht somit einen Gegenspieler von Heidenheim auf sich. Generell bindet er immer Gegenspieler, öffnet Räume für Adeyemi und Marlon in dem Fall, die relativ zentral stehen, hier in die Tiefe stoßen könnten. Klappt in dem Fall nicht, aber grundsätzlich hat mir Girasi auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und genau so, wenn auch über Umwege, entsteht das 1 zu 0 des BVB. Girasi lässt sich fallen, er hält hier den Ball in einer Umschaltbewegung von Ben Sebaini, dem Linksverteidiger. Das mal im Hinterkopf behalten. Der BVB greift dann an, verliert den Ball, erobert ihn aber wieder zurück. Pascal Groß hält ihn dann. Der ist wirklich genial darin, den Ball zu halten und dann im perfekten Moment abzuspielen. Wie in dem Fall, zwei Spieler sind an ihm und Adeyemi dran. Er spielt ihn aber dann perfekt auf Adeyemi, der Platz hat, auf den Strafraum zutribbeln kann, ohne direkten Gegenspieler. Wir sehen hier ganz rechts, gelb markiert, das ist Ben Sebaini, der Linksverteidiger, auf der ganz anderen Seite, weil er eben den Angriff eingeleitet hat und dann dort war. Grundsätzlich war man sehr flexibel in den Positionen, das sieht man auch gleich noch. Wollte ich an der Stelle nur mal anmerken. Adeyemi bedient dann Malen, der sich löst. Girasi bindet wieder Gegenspieler. Dementsprechend hat Malen etwas Platz und versenkt ihn dann zum 1 zu 0. Ja und genau hier sieht man diese positionelle Flexibilität, nenne ich es mal. Man ist nicht nur strikt in einer klaren Struktur, die vorgegeben ist. Nein, man rotiert auch immer wieder und das macht es halt für Heidenheim viel schwieriger. Würde man stur auf seinen Positionen bleiben, dann wäre es relativ leicht, das zu verteidigen. So hatte man dann auch mal Brandt, der sich in den Dreieraufbau fallen lässt, Groß, der vorne in der letzten Linie ist, Adeyemi dann im Zwischenraum. Und generell hat man es immer geschafft, fünf Spieler in der letzten Linie zu haben, was halt eben die Heidenheimer relativ tief gebunden hat. Sehen wir zum Beispiel auch hier Adeyemi mal ganz links draußen, Ben Sebaini im Halbraum. Brandt wieder völlig frei, lässt sich fallen. Grundsätzlich hatte man da einen 3 plus 1 Aufbau. Wenn sich Brandt fallen ließ, war das auch ein 3-2 Aufbau, was Sahin ja eigentlich lieber möchte. Aber das hat mir auf jeden Fall gefallen, dass man sich da gut angepasst hat. Dennoch war man jetzt nicht nur aus dem eigenen Ballbesitz heraus gefährlich. Nein, auch hier ein Ballverlust von Heidenheim. Riasson spritzt gut dazwischen, spielt es dann direkt vertikal nach vorne auf Mahlen. Da ist dann massig Platz, weil Heidenheim mal aufgerückt war. Haben nur noch die Spieler in der Verteidigungsreihe. Der spielt dann rüber auf Brandt, der wartet gut ab, spielt dann nochmal raus auf Adeyemi, der das 2 zu 0 erzielt. Also wirklich top Station für Station durchgespielt. Dennoch muss ich hier ein bisschen Kritik äußern, denn der BVB hat mir gegen den Ball grundsätzlich nicht ganz so gut gefallen. Man hat aus einem 4 für 2 heraus relativ kompakt agiert. Dennoch hat es Heidenheim immer wieder geschafft, das Spiel relativ leicht nach vorne zu verlagern. Auch wenn man dann letztendlich nicht die ganz große Gefahr ausgestrahlt hat. Die haben meistens in ihrem 4-3-3 aufgebaut, was aber positionell auch relativ flexibel war. Zum Beispiel hier Innenverteidiger spielt auf Sechser. Der spielt dann vor auf den linken Flügel, Sienza. Der wiederum spielt nach vorne auf den Stürmer, der mit einem einfachen Pass raus verlagern kann auf den Linksverteidiger. Und schon war man im letzten Drittel. Auch hier spielt man es gut aus. Der BVB ist zwar im Pressing, aber man lässt Paul Wanner frei, der dann eben Platz hat. Spielt raus auf den Rechtsverteidiger Traore, der rechts einen Durchbruch erzielt. Und wieder ist man im letzten Drittel. Auch hier entsteht zwar keine Torschance daraus, aber das war mir einfach zu einfach. Heidenheim generell ein Team, das ja zu langen Bällen neigt. Haben sie natürlich auch in diesem Spiel des Öfteren gemacht. Aber sich hin und wieder auch spielerisch befreien können, was so nicht unbedingt der Fall sein sollte, wenn man gut gegen den Ball agiert. Wenngleich ich die spielerische Klasse von einem Paul Wanner hier unterstreichen möchte. Der war wirklich sehr wichtig in den Entstehungen der Angriffe, auch wenn er dann offensiv keinen Output hatte. Auch hier nochmal eine Aufbausequenz von Heidenheim. Die haben es wieder mit der flachen Viererkette aufgebaut. Dann das Mittelfeldtrio, das sehr flexibel war, sich immer wieder verschoben hat. In dem Fall eine 2-1-Staffelung, also 2-6er. Davor Wanner als klarer 10er. Aber hin und wieder hatte man auch 1-6er, 2-8er davor. Da war man sehr flexibel, was es dann dem BVB schwerer gemacht hat, das zu greifen und zu matchen. Dann ist auch der ballferne Flügel, wie zum Beispiel hier Beck, wieder ins Zentrum geschoben. Der Außenverteidiger hoch, auf der ballnahen Seite auch immer wieder. Da war man sehr flexibel. Das war einfach schwer zu matchen. Der BVB hat zum Beispiel, wie hier, immer mit den vorderen zwei Anläufern Brand und Ghirasi von den Sechsern aus angelaufen. Aber so wirklich Zugriff hat man nicht bekommen. So kommt man auf Heidenheimer Seite über diese Aufbausequenz auch wieder nach vorne. Dann ist es eine einfache Halbfeldflanke von Traore. Vorne rein auf Pieringer, der mit der ersten wirklichen Chance das 2-1 erzielt. Nichtsdestotrotz, um beim Spielverlauf zu bleiben, kontert der BVB das Ganze dann ganz gut. Und zwar baut man es wieder auf mit Anton als rechten Innenverteidiger, der in den freien Raum antribbelt. Setzt dann Riason in Szene, der gut am Gegenspieler vorbeigeht. Dann den Ball in die Mitte bringt, wo Ghirasi sich wieder gut einbringt. Geht zum Ball hin, bindet dadurch den Gegenspieler, der nicht an den Ball kommt. Da Ghirasi ihn durchlässt für Adeyemi, der dann wieder mit seinem schwachen Fuß zum 3-1 einschiebt. Gehen wir über in die zweite Halbzeit, so hat Heidenheim dann deutlich aggressiver agieren müssen gegen den Ball. Hat mehr Männer nach vorne geschoben, ist ja auch logisch, wenn man hinten liegt. Hat dann auch Frank Schmidt nach dem Spiel so bestätigt, dass man dann eben den linken Flügel eins vorgeschoben hat auf den Innenverteidiger. Und dementsprechend über das komplette Feld, Mann gegen Mann verteidigt hat, sieht man hier am Dortmunder Aufbau ganz gut. Und so wurde das Spiel dann deutlich offener, Heidenheim kam zu seinen Chancen, wie hier Sienza, wird aber zweimal geblockt. Aber natürlich auch Dortmund, die immer wieder gute Aktionen hatten, sei es nach einem Heidenheimer Ballverlust oder aus dem eigenen Positionsspiel heraus. Zum Beispiel der Ghirasi-Seitfallzieher, den Müller wirklich sehr stark hält. So kam Heidenheim aber nochmal ran, der BVB konnte das Spiel deutlich weniger kontrollieren aufgrund des hohen Pressings von Heidenheim, die dann in dieser Szene den Elfmeter zum 3 zu 2 herausgeholt haben. Da hat man auf Dortmunder Seite Riason auf die Linksverteidigerposition gestellt. Der verteidigt mit seinem rechten Fuß hier eher nach innen. Vielleicht verteidigt ein Linksfuß eher den Pass nach außen, der hier dann auch gespielt wird von Draore, kann man letztendlich nicht wissen. Auf jeden Fall ist es ein bisschen ungestüm von Süle, auch wenn der Kontakt nur leicht ist und dementsprechend der Elfmeter. Heidenheim war wieder dran und ist dann auch All-In gegangen. Man hat im Aufbau die Innenverteidiger, wie hier, deutlich breiter aufgestellt, die Außenverteidiger hochgeschoben. Allerdings hat man halt auch Auswechslungen getätigt mit Sienza und Wanner, die beide raus sind. Und deren spielerische Klasse hat dann auf jeden Fall gefehlt, um dann die Lösungen zu finden. Vor allem, da der BVB es auch umgestellt hat und zwar auf eine Fünferkette. Emre Can hat sich dann im Verteidigen tiefer fallen lassen. Man hatte ein 5-2-3, was aber tiefer auch zum 5-4-1 wurde. Und dementsprechend hat Heidenheim nicht mehr Lösungen gefunden, sich keine Chancen mehr herausgespielt. Und der BVB hat es so dann doch noch relativ souverän heimgebracht. Vorne auch noch den Elfmeter zum 4-2 bekommen. Aber ich glaube, ohne den hätten sie es auch gewonnen. Das soweit meine Analyse zum Spiel zwischen Dortmund und Heidenheim. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Gerne auch eure Erkenntnisse zum Spiel. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!